ein recht schönen guten tag meine liebe youtube community ich begrüße euch recht herzlich zu saturdays to die auf der festlichen vier tag 6 4 uhr 28 4 uhr 30 wir gehen noch nicht raus meine lieben weil nein 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 wir warten diesen gong ab und dann ab die post ich muss also ja wir haben jetzt ein bisschen fleisch gesammelt gehabt und ich denke mal das reicht erst mal um tag sieben dann zu überleben tag sechs wird so gestaltet wir bauen unseren bunker weiter draußen aus dunkel dazu ja also wir bauen den bunker jahren weiter hier müsste irgendwo sein und hier sieht er die garage wollte ich noch erforschen ja wir erforschen erst vor unserem rucksack dann erforschen die garage dann muss ich denn so ja doch ein kleines stückchen muss ich was okay auf geht's ab geht's tue zu tue zu jetzt aber wirklich hacken gas geben dass wir unseren rucksack haben das so aussieht wie hier so ein arschgeigen kekse typ da auf die penner sind da jetzt nicht auf die penner sind da ist er hauptsächlich bin nackt zack 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 zappel die lab aufgezählte doch mal licht und spot wir müssen den bunker fertig kriegen wir haben zwar relativ schnell jetzt klasse keine zeit sag raus ok ok aber hier was interessant ok 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 wo ist die tür was ist hier seht ihr ich habe das ganze hausland nicht mal erkundigt weil ich dachte dazu und das war auch wie zu dem thema wir bauen den bunker weiter ja scheiße braucht keiner also ich brauche sich coole sammler hat doch erst mal hei 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 leute in meinem haus ist nichts gesperrt ha noch etwas was ich noch nicht durchsucht habe da oben war ja war ich ja schon da ist nichts besonderes lehrer kühlschrank nahrung ist gut brauchen wir ich habe echt nicht alles gut ich bin gut ne leute wir müssen weitermachen ich sage wir müssen weitermachen ordentlich verpeile dass die steilschoffel nicht funktioniert hier brauchen wir mehrere moment auf diese sommeren die braucht doch keiner werten wird idiot idiot Rezepte? La 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 Ah It's okay Das machen wir uns schön, das machen wir uns schön. Oh. Na. Ist das nicht herrlich, Leute? Das ist nicht herrlich. Put in, put in, put in. Ist ja auch nur erstmal für die erste Nacht, ne? Okay. 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 Mal, wie lang. Budden, 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 Budden. Und die Nacht hat wieder begonnen. Und ich glaube mal, die Hordennacht wird ein Special bei mir, von wegen zwei Stunden oder so, aufnehmen. Aber das werden wir dann sehen, wie es soweit ist. Es ist noch nicht 0 Uhr. Wir machen hier schön brav bis 0 Uhr weiter. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Hm, dann gucken wir mal, ne? No, no! Die machen wir hier nochmal schnell fertig und dann war es das auch wieder für diese Folge. Gut meine Lieben, ich bedanke mich, wie ihr seht, ja wir haben hier schon einiges geschafft jetzt und haut rein, immer schön brav sein, bis zum nächsten Mal, tschau 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 tschau